Ja, erstmal ein großes Kompliment an die Jungs, was sie heute abgeliefert haben, bin ich sehr mit zufrieden. Klar sind wir aus einer diffusiven Haltung gekommen und haben auf Umschaltspiel Konter gespielt, haben wir sehr gut gemacht, hatten mehrere Chancen. Mir haben heute leider offensiv gerade Alternativen gefehlt, weil wir viele Ausfälle hatten, fast eine ganze Mannschaft. Von daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Für uns war es eine super Einheit. Ich habe immer gesagt, Pokalspiel ist für uns eine Trainingseinheit und das haben die Jungs gerade in der defensiven Arbeit sehr gut gemacht. Wir haben natürlich Glück gehabt bei der einen oder anderen Chance, die Ostdorf ausgelassen hat, aber wir hätten auch unsere drei, vier machen können, wenn nicht sogar zwei müssen. Von daher bin ich sehr zufrieden. Wir hatten Respekt, wir wussten, das kann in den Umschaltmomenten gefährlich werden. Davon haben wir nicht so unendlich viele zugelassen, ein, zwei Situationen waren da. Insofern Hürde genommen, weitergekommen. Ein paar Aspekte hätten uns schöner und besser vorgestellt, aber alles gut. Weiter Haken hinter. Freitag geht es schon weiter. Ja, der hat mehrere Bälle natürlich sehr gut gehalten, hat glaube ich jeder gesehen. Da hat er uns vor einem höheren Rückstand definitiv bewahrt. Das hat er sehr gut gemacht. Mit dem Wünschen bin ich immer vorsichtig, weil am Ende muss man sowieso so spielen, wie es kommt. Insofern ist es mir egal. Wenn wir nicht auf dem Hartplatz müssen, bin ich ganz froh. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.